Hallo, hier ist der Mathiel von Wannetmonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 19.06.2023 und unser DAX hat zum Freitag nochmal eine kleine Runde gedreht. Wir haben neue Rekordkurse feiern dürfen, also Kurse, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Einen allerhöchsten Stand, wir haben auch den höchsten Wochenstoß aller Zeiten gekriegt, das sollte auch erwähnt sein. Das heißt, wir haben eine sehr starke Woche hinter uns liegen, die hatte hier begonnen, 16.20, wir erinnern uns. Und der DAX ist eigentlich ganz wöchig in einer Superkondition durchgelaufen, das muss man schon sagen. Zum Freitag hatten wir gesagt, das typischste Szenario wäre ein schwächerer Start, runter in die 2.70, 2.50, dort aufdrehen, hoch über 3.30 setzen und dann nächsten Ziele abklappern. Bei 3.65, 400, 4.24 bis hoch in die 4.90 solltet er können zum Abend, so war die Erwartungshaltung. Und er hat das, sag ich mal, gut gemacht, aber nicht ganz gut durchgehalten. Er ist zum Abend gut abverkauft und das ist nicht ganz üblich. Wir haben aber uns ja auch intensiv, oder wir haben intensiv darüber gesprochen, das sind Regelmäßigkeiten, die einfach oft zu sehen, ohne dass es eine Garantie gibt und ohne dass es um 100% so abläuft. Aber man sieht auch, es ist dann oft sehr, sehr nah dran. Also genau hier 2.70, hochdrehen, über 3.30, weiter rein, 4.24, 400, das hat alles gut gepasst. Einziges, was ihm gefehlt hat, war dann die Ausdauer zum Abend. Was mir persönlich ein bisschen zeigt, dass er gegebenenfalls hier schon einiges an Short rausgedrängt hat oder vielleicht sogar den einen oder anderen Kopf bereits gedreht bekommen hat, von denen die Short wollten. Weil normalerweise macht er das nicht. Normalerweise nimmt er sich das Fresschen, was er gestellt kriegt und legt die Shorter wirklich auf hohem Tagesstoß einfach raus am Freitag, um die Montag richtig auszulutschen. Das ist eine typische Form, dass der am Abend so deutlich nochmal zurückkommt. Es ist jetzt ziemlich gravierend. Man kann ja nicht sagen, der Trend ist jetzt gekippt oder hier ist eine Abwärtsgefahr. Aber es ist ungewöhnlich. Es ist schon ungewöhnlich, dass über die letzten Stunden nochmal abverkauft wird. Ich kann mich erinnern, an Verfallstagen ging es öfter mal lange nach unten, aber das waren dann richtige Krächerkerzen nach unten. Also der komplette Tag ging dann nach unten. Und dann war am Montag immer Action oben raus mit völliger Eskalation und gar kein Halten mehr und völlig umnachtet der Kerl durchgesprungen. Das passt aber auf den Tag auch nicht hinaus. Sonst hätte man sowas jetzt natürlich auch interpretieren können, dass man gesagt hat, okay, war wieder so ein Abverkaufverfallstag, wie wir es schon mal hatten. Aber wir können uns das trotzdem relativ einfach machen und zwar im Bereich um 3,65. Wir haben gesagt, 3,65 ist die kritische Zone. Das ist der Bereich, wo der Markt auch richtig einen auf die Nase kriegen kann, weil dort zwei Wellen zu Ende sind. Sehen wir auf der Ebene hier, hat er seine Kerzenschlusskurse ganz bewusst darunter gehalten. Warum ist das eine kritische Zone gewesen? Weil von hier zwei gleich lange Aufwärtswellen fertig waren. Da muss ich kurz gucken. Wir sind jetzt hier im Dings. Jetzt erkennt man das, glaube ich, nicht. Wartet mal, wie komme ich? Das war dann die und die. Ne, da müssen wir doch um zwei Stunden kommen. War dann quasi die und die. Ja, die sind etwa gleich groß. So, wir machen das ein bisschen orientierend mit dem roten Kästchen. Wir machen das mal in grün. Halt, so sieht es gar keiner mehr. Ein bisschen mehr Deckkraft bitte. So, setzen wir das mal um. Nehmen das mal hier ran. Tragen das hier ab. Setzen das an das tief dran. Und da sehen wir, das ist der Bereich hier, wo jetzt zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen durch sind. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass ein Markt dann in Doppeltop-Szenarien im kleineren Bereich spielt. Mit einem bisschen Überschuss in der Zwischenkorrektur. Das heißt, das ist hier unsere erste einleitende Bewegung gewesen. Das ist dann die kleine Zwischenbewegung. Deswegen ist der Bereich dazu kritisch gewesen. Wo wir gesagt haben, da sollte man auf jeden Fall hingucken. Und ich sage mal, so wie er reingekommen ist, würde ich den DAX ganz gerne... Opa la, was habe ich denn jetzt gedrückt? Jetzt bin ich... Wartet mal. Ich bin irgendwie auf den Bitcoin gekommen. So, jetzt bin ich wieder da. Und wir haben den DAX wieder. Ja, also ich würde zum Montag ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte sehen, dass wir nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr, oberhalb von 3.65 Uhr rausdrücken. Dann würde ich weiter long handeln wollen. Sehen wir das nicht. Und sehen wir nicht, dass der oben raus taunt. Würde ich mal im Hinterkopf behalten, dass der uns einen möglichen Fehlausbruch anspielen kann. Und wenn er uns einen möglichen Fehlerausbruch anspielen kann, dann kann das im ersten sogar, in der ersten Reaktion, mal locker unter 16.000 zurückführen. Und das ist ein gutes Stückchen. Dann wäre das jetzt hier quasi ein A gewesen. Das ist jetzt ein B mit ein bisschen Überschuss. Und dann würde jetzt hier die C-Bewegung kommen. Und die hätte Bewegungsziel nochmal bei 6.60 Uhr von hier oben im kleinen Bereich, das wirklich ein Doppeltops mit Fehlausbruch. Denn die 3.65 Uhr sollte wichtig sein und wurde hier auf Stundenschusskursebene wirklich beachtlich bespielt. Und deswegen würde ich persönlich schon sagen, unterhalb von 300, unterhalb vielleicht auch von 270, würde es mir zu sehr danach riechen, dass der Markt wegdrehen will. Das heißt, unterhalb von 300, unterhalb von 270 würde ich erstmal long zurückstellen und würde gucken, wie bewegt er sich denn, wie kommt er denn, wie kommt er denn mit so Bereichen um 210, 200, klar. Läuft er da einfach nach unten durch oder stößt er sich da drauf und rennt wie bekloppt er wieder nach oben an? Wenn wir sowas sehen, dass er von Unterstützung wie ein Bekloppt dann nach oben anrennt, dann ist das positiv für ihn. Dann würde ich auf jeden Fall erwarten, dass er wieder Gap los macht, falls dann ein Abweißgap kommt und auch weiter nach oben dreht. Läuft er aber durch die Widerstände einfach nur durch und durch die Unterstützung von oben einfach nur durch und macht so kleine Erholungen, die er dann wieder abverkauft, dann kann das Ding wirklich bis 60 von da oben wieder zurückdrehen. Ich sehe das noch nicht, aber das Risiko ist da und deswegen müssen wir darüber sprechen. Das ist eines dieser Szenarien, so wie wir es jetzt eigentlich jeden Tag angucken und weswegen wir auch jeden Tag über den Markt sprechen. So, also erstes Ziel 200, 210, dann haben wir hier einen Bereich um 120, der dürfte dann angelaufen werden und dann wäre das dritte Ziel bei 15,965, wenn der Markt am Montag schwach rein startet und dann würde ich nämlich auch davon ausgehen, dass der Dienstag gleich noch hinterher schwach kommt. Ja, sollte unser DAX sagen, puh, nee, ich wollte hier bloß Shorts ankötern. Ich wollte mich so aussehen lassen, dass am Wochenende alle sagen, das ist ein Fehlausbruch, das wird ein Doppeltop. Ähm, die knall ich richtig an die Wand am Montag und er drückt hier über 3,65. Dann vergesse ich sofort das Doppeltop, dann vergesse ich sofort das Fehlausbruchsszenario, dann handhabe ich das so wie letzte Woche. Erinnert euch dran, da habe ich gesagt, Montag oberhalb von 16,20 setze ich die rosa-rote Brille auf und suche nur nach Long. Letzte Woche, ja, 16,20, für mich ist es diese Woche die Marke um 3,65, 3,70. Geht er da drüber, ist mir scheißegal, was er macht, dann wird er von mir Long gehandelt, weil dann ist er im Aufwärtstrend, dann ist er in einer Trendfortsetzung, dann sieht er gut aus. Und auch wenn dann ein Trade nicht klappt, das ist trotzdem richtig, auf der Long-Seite zu handeln und zu agieren und zu suchen, Long-Chancen zu suchen. Das ist der richtige Weg in einer Aufwärtsbewegung, ja. Es gibt immer viele, die feiern sich, wenn sie in einer Abwärtsbewegung, also wenn sie in so einer Bewegung dann irgendwo mal einen Trade haben mit 100 Punkten plus, weil sie geschortet haben. Es ist auf der Long-Seite viel, viel, viel einfacher, so einen Trade hinzukriegen, das ist einfach so. Aber das muss man selber einmal lernen, das muss man hinkriegen für sich, mit dem Trend zu handeln, mit der Bewegung zu handeln und deswegen für mich ganz klar, Regelwerk, mein persönliches Regelwerk würde mir verbieten, oberhalb von 3,65, 3,70 Shorts zu suchen. Ja, dort würde ich Long suchen, rein in die 4,90, vielleicht sogar schon rein in die 600, was dann die nächsten Anlaufstellen auf der Oberseite erstmal werden im kurzfristigen Bereich hier, ja. So, damit haben wir das versprochen, unter 300, unter 2,70 ist er für mich kritisch am Montag, ja, auch tiefere, hochstiefere Tiefs zum Montag würde ich nicht gerne sehen wollen. Nein, das würde mir eher danach riechen, dass wir Richtung 16.120 zurückrudern und vielleicht sogar Richtung 15.975, das sind so eigentlich die beiden Hauptziele, die ich von der Oberseite sehe, plus diese 200, der 200, der Bereich 200, 210, das wären auch Unterstützungsbereiche. Und ich denke, man, also ich glaube, ich würde mich zurück, ich persönlich würde mich zurückhalten bis 9.30, 10 Uhr und dann danach gucken, wo steht er, steht er unter 300, steht er über 3,65 und dann wäre für mich eigentlich das klar, würde ich ihm entweder oben folgen oder dann eben unten auf der Shortseite. So, also macht da was draus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.